und zurück zu the last guardian so ist ein bisschen umständlich mit dem tricot tricot glaube ich heißt ja also alles ein bisschen hakelig finde ich von der steuerung und so her und vielleicht muss mich erst daran gewöhnen aber einfach mal weiter dritte folge schon hoch sollst du nicht rüber gehen sollte hoch gehen hier lang so jetzt hoffe ich mal dass er gleich da ran springen kann sind wir schon mal hier oben geht es hier weiter ok hier ist ein gang gehen wir da weiter dann kommt er nie hier hoch oder jetzt kommt er schon hätte er hoch springen können wir ok was ist hier hier ist fresse fresse gibt mir eben das gleich mal ok 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 das ist hier ach so ich werde praktisch durchgehen können und er kommt halt nicht weiter ich muss sagen dass es für die eigentlich für die ps3 optimiert worden ist müsste sie eigentlich auf der ps4 richtig flüssig laufen aber das tut es nicht es ruckelt entweder haben wir das nicht mehr optimiert oder was ich weiß es nicht genau der neueste patch ist auf jeden fall drauf ich weiß nicht warum das ruckelt das heißt extrem ruckeln tut es jetzt nicht aber es sind schon einige stellen dabei da merkt man schon dass die frame rate runter geht ja das ist eine große brücke jetzt muss ich mal irgendwie mein mein hundchen holen ja 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 schon da wir haben wir hier weiter spiel erinnert mich irgendwie irgendwie hat es ein bisschen was von the shadow of colossus damals zur ps3 zeiten noch weiß ich aber das kennt auch richtig geiles game wir müssen irgendwie doch hoch hier geht es ja anscheinend nicht weiter hier geht es ja los runter da glaube ich sterbe wenn ich runter falle alles klar ok wir sind von da gekommen gehen wir mal hier rum wo hat der schon wieder was gefunden bitte hier weiter aber sind wir nicht hier kommen wir sind ja da reingekommen äh was macht der da hinten ja genau hier sind wir reingekommen da unten durch praktisch ok 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 da rein dann muss man praktisch hier rum ein bisschen wie eigentlich hier rum aber da glaube ich geht es ja nicht weiter hier wäre schon so ein kletterpunkt kletterpunkt da kommt man hoch ja wir sind kletterpunkt da kommt man hoch ich kann Ihnen gerne ein gesicht hoch springen so so aber hier ist ja eigentlich nichts mehr ok da geht es nicht weiter was soll denn auch da was sein muss ich hier irgendwo weiter gehen keinen plan leute wo sie weiter geht nein es ist Tschüss. Ich bin ja schon was. So, darin war ja nix mehr. Ich glaube, ich muss irgendwie da hoch, wahrscheinlich, oder? Das muss sein. Aber wie? Ich habe keine großen Kletterpunkte gesehen. Da wäre ein Kletterpunkt, aber da kommt man ja nicht weiter dann. Ich weiß eben nicht, ob man da hochkommt. Oh ja, nochmal her. Ja, probieren wir es nochmal. Vielleicht kann man sich doch da irgendwo festhalten. Ich werde ja nicht durchschießen können, ne? Nee, das geht nicht. So. Alles klar. Das hätte ich erstmal wissen müssen. Geh halt, dann machst du den. Okay. Was ist denn das jetzt hier für ein Ding? What the fuck? Keine Ahnung, was das für ein Ding war. Wecker, wie wir es noch gebraucht hätte. Wecker, wie wir es noch gebraucht haben. Geh halt. Kriss mich ja nicht. Schieß doch mal da drauf. Geh mal hier rein Okay, hier ist ein großes, großes Tor Und hier ist bloß ein Fenster Okay, gehen wir hier raus Komm Was ist los? Hat der Hunger oder was? Wom schreiten der so? Okay, hier ist gerade nichts Was macht der denn jetzt? Die Kameraführung ist echt schlecht Ich glaube ich kann da oben vielleicht durch, durch die Fenster Komm her Mein Gott, geh doch mal da hoch jetzt Was macht der denn? Schauen wir mal, ob das Fenster offen ist Hier ist offen Ach du Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Hier kann man ja wieder null Was ist gut? Wo ist das? Was ist das? Wo ist das? Was ist das? Der Herr Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier gehen muss. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier bin. Tschüss. 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 Mal schauen, wie es dahinter geht. Eigentlich müsste ich ja bei dem nächsten Ding rein, oder? Ja, bestimmt. Okay. Was heißt eigentlich hier? Hier. Hier, kann man da rein, oder nicht? Da sieht man so saublöd mit der Kamera, das ist so beschissen. Okay. Mal fallen, gehen wir mal hier rein. Okay. Da ist ein Hebel. Okay. Auf geht es. Oh, da gibt es Fressi, Fressi. Fressi, Fressi. Nein, weg. So, jetzt geh weg hier. Da war irgendwo ein Platz, wo du mir Platz hast, was zu fressen, weil du frisst du wieder nicht. Hier sieht es doch gut aus. Hier sieht es doch gut aus. Was macht ihr denn? Nein, ich krieg einen Vogel mit dem. Ich muss jetzt erst umdrehen, oder was? Friss jetzt. Nimmst du, komm. Nimmst du, komm. Nimmst du, komm. Weg nehmen. Jetzt nimmst du auch endlich und frisst du. Hier ist das. Hallo? Ich muss das auf dem, was wir besitzen haben. Wir können das auf dem, was wir wieder holen. Nun. Es ist das, was wir jetzt hier machen. Hallo? 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 Was ist das? ja dann nimmst du es halt nicht, den kann ich auch nichts machen das war doch mal das höchste mal und wieder durch die hatte Angst vor etwas oder so was das war so eine Art Käfig oder so schreitze garganzin unter Ah! Okay, hier geht nichts. Okay, das ist ein Art Käfig. Hallo? Warum füsst ihr mich? Was ist denn los, Ega? Hier sind es anscheinend irgendwie Erinnerungen. Okay. Schauen wir uns jetzt weiter, ob es nur der Spielstand neu geladen worden ist. Ne. Der Spielstand ist nicht neu geladen. Okay, da oben ist auf jeden Fall mal ein Schalter. Okay, Leute, wie es dann aber jetzt hier weitergeht und ob unser Freund nochmal aufsteht, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall keinen Spiegel mehr, aber das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt dran. Es wird langsam ein bisschen spannender. Und ansonsten, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Tschüss. Tschüss. iba